Ja, der Times berichtete darüber, wie Harry Invictus schändlicherweise dazu zwang, eine geplante Amazon-Spendenaktion im Zusammenhang mit dem Netflix-Deal abzubrechen. Invictusquellen beklagten sich darüber, wie sehr sie diese Mittel benötigten. Dann griffen William und Catherine ein und spendeten eine große Spende, um die Zeit zu überbrücken. Am schlimmsten ist Bunker Harry, der diese Organisation nur dazu nutzt, seinen Ruf zu waschen und wer weiß, was sonst noch, während er gleichzeitig William und Catherine bei jeder sich bietenden Gelegenheit angreift, obwohl sie diejenigen sind, die diese Organisation gerettet haben. Nicht nur Amazonen, sondern auch Disney selbst hat kürzlich beschlossen, die Finanzierung von Invictus-Spielen zu streichen. Angesichts der aktuellen schlechten Situation ist es wahrscheinlich, dass Meghan und Harry ihr eigenes Geld ausgeben müssen, um die Defizite zu decken, um ein gutes Event abzuschließen. In der Vergangenheit gab es eine große Hollywood-Veranstaltung, bei der die Invictus-Games beworben und Geld dafür gesammelt wurden, die für Los Angeles geplant war, mit Amazon als offiziellen Partner, der bereit war, alles bei der Spendenaktion zu streamen. Medium behauptete, dass es bei dem Deal mit der Firma von Jeff Bezos nur einen kleinen Haken gab, Harry und Meggans neue Multi-Millionen-Dollar-Deal mit dem Hauptkonkurrenten Netflix. Offensichtlich Amazon Prime Video und Netflix sowie große Streaming-Konkurrenten, aber Harry hat eine Wohltätigkeitsveranstaltung aufgrund eines geschäftlichen Konflikts tatsächlich abgesagt. Seit der Unterzeichnung des Netflix-Vertrags haben Harry und Meghan mit einigen Kontroversen zu kämpfen gehabt. Das ist sicher. Fügen Sie einfach folgendes hinzu, Harrys persönliche Geschäftsinteressen, die die Spiele als Geiseln hielten. Der Vorschlag oder die Implikation ist, dass der Herzog beschlossen hat, seinen eigenen finanziellen Nutzen der Geldbeschaffung für Veteranen oder die Invictus-Games vorzuziehen. Wenn dies zutrifft und der Netflix-Deal mit dem Angebot von Invictus-Games und Amazon verknüpft ist, gibt es in dem Netflix-Deal, den Harry und Meghan kürzlich unterzeichnet haben, nichts, was sie davon abhält, an Projekten bei anderen Sendern oder Streaming-Diensten zu arbeiten. Harrys und Meghans Entschuldigung mit nur zwei Worten, als ihre Karrieren zu scheitern beginnen, der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten seit ihrem Umzug nach Hollywood Mühe, großen Erfolg zu erzielen, und nun haben sie berichten zufolge einen Grund dafür genannt. Berichten zufolge haben Harry und Meghan Markle das Gefühl, seit sie das königliche Leben hinter sich gelassen haben, wiederholt Bech mit dem Projekt gehabt zu haben. Dies geschah, nachdem das Wall Street Journal sie letzten Monat in Hollywood als Flops gebrandmarkt hatte. Das Paar trennte sich von Spotify, nachdem es seit Vertragsunterzeichnung nur zwölf Episoden von Meghans Podcast Archival Audio produziert hatte. Auch ihre bisherigen Veröffentlichungen bei Netflix stießen auf gemischte Resonanz, wobei die Dokuserie Harry und Meghan ein Riesenerfolg für die Plattform war.